BVB Total im Doppelpass mit der Telekom Am Montag war in erster Linie schwitzend angesagt, Leistungsdiagnostik. Heute steht der Ball im Vordergrund, die Jungs sollen sich wieder aneinander gewöhnen. Für die Neuen eine gute Gelegenheit, ihre Mitspieler kennenzulernen. Das ist kein Problem, ich versuche mich gut zu integrieren. Natürlich gibt es große Unterschiede. Borussia Dortmund ist ein großer Klub. Da ist natürlich einiges anders. Im Umfeld, aber auch im Training. Aber ich versuche mich schnell daran zu gewöhnen. Dabei helfen ihm natürlich auch die Kollegen, allen voran Pierre-Emerick Aubameyang. Die beiden liegen voll auf einer Wellenlänge. Papa Sokrates kümmert sich ebenfalls liebevoll um den Neuzugang, wenn auch auf seine ganz eigene Art und Weise. prominente Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020